Seitennahttaschennähen erklärt in einer Minute. Die Taschenbeutel rechts auf rechts an die Seitennähte platzieren, die Passmarkierungen dabei beachten. Mit 8 mm Nahtzugabe die Taschenbeutel festnähen, die Kanten versäubern, die Taschenbeutel zur Seite bügeln und knappkantig auf die Nahtzugabe festnähen. Jetzt alles rechts auf rechts übereinander. Dabei achten, dass die Taschenbeutelansatznähte deckungsgleich übereinander liegen. Mit 1 cm Nahtzugabe alles zusammennähen. Und schon ist deine Seitennahttasche fertig. Viel Freude beim Nacharbeiten. Das ausführliche Video findest du hier auf meinem Kanal bei YouTube. Schau doch einfach mal nach. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder auch meine anderen Videos, dann abonniere doch meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Dann wirst du automatisch erinnert, sobald ich ein neues Tutorial hochgeladen habe und somit verpasst du nichts Neues mehr von Fräuleins.